Oh mein Gott, ich bin schon drin! Die musst du extra mit Kabel nochmal anschließen, die anderen SSDs. Achso, bitte nicht wundern, ich hab das Spiel auf Englisch, deswegen... Wir werden ja auch auf Englisch mit dem Geist reden, ne? Bitte nicht wundern, ich hab das Spiel auf Deutsch, also... So, ähm... Kurze Frage... Wollen wir wieder Zweierteams machen? Ich nehm wieder mein Standard! Ja, ich nehm ein Thermometer mit. Christopher Thomas seinen Namen und... Wer hat meine Box geklaut? Entschuldigung... Raum unter 10 Grad brauchen wir... Dankeschön! Es tut mir leid, wenn ich etwas schloss war. Ich frag nur immer, weil... Ich nehm immer Buch, Box und die UV-Lampe mit. Auf Personen, die alleine sind! Viel Spaß! Du bist ein Single-Typ halt! Ähm... Ich und Liara gehen zusammen, wir gehen nach unten... In den Keller... Ach, was ist die denn? Wir schauen uns den Keller an, Liara nicht! Ich bin nahe bei dir! Ich verlass dich nicht! Ich bin auch bei dir! Jaaa... Ich bestimmt mach dir ein Zeichen! Sorry! Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Ahhhh... Wer ist bei dir jetzt ein Zeichen gemacht? Was? Wer ist bei dir jetzt ein Zeichen? Was? Wer ist bei dir jetzt ein Zeichen? Ich hab's akustisch nicht verstanden! Wer ist bei dir? Hätt's ein Zeichen gemacht! No, thank you No Thank you So finish Give us a sign Give us a sign Give us a sign Gib uns ein Zeichen Ist das von dir, dieses komische Kicher und so? Gib uns ein Zeichen Nee Das ist das Spiel Okay Gib uns ein Zeichen Junge Nee, der will uns keine Zeichen geben Gib uns ein Zeichen Ich gebe uns ein Zeichen Alter, ich hab grad kurz gedacht, Alter, er Hunted Ich hab grad kurz gedacht, Alter Meine Flasher ist, hat kurz geflickert und bei wenig nur durch die Tür haben gegangen Ich hab grad einen Herzinfarkt Ich hab grad einen Herzinfarkt Also wenn er gehandelt hätte, dann hätte ich ja schon gesagt Gib uns ein Zeichen Ja, ich weiß aber Da ist halt kurz ein Schock gewesen, weil die Flasher dann auf einmal weg war Weißt das Ist er wieder drin? Nein, ist er nicht Gib uns ein Zeichen Nein, ist er nicht Gib uns ein Zeichen So, das ist der letzte Raum hier Äh, bei der Revenion Außerbord findet, bitte frag gleich nach dem Raum Ich schau nachher online nachdenken Äh, warte, du rennst mir grad weg Äh Geh! Gib uns ein Zeichen Gib uns ein Zeichen Gib uns ein Zeichen Geh uns ein Zeichen Show yourself Öffne eine Tür Öffne eine Tür. Öffne eine Tür. Also bei uns bisher nichts. Bei uns bisher auch nichts. Wir sind im Keller gleich durch. Der Keller ist gleich fertig. Ähm, ich schätze mal Keller. Ja, bei uns im Keller haben wir noch nichts gefunden. Also... Bist du noch da? Huch! Geil, jetzt bin ich rausgeschmissen worden.